Wir fahren hier querfällt ein durch die Atacama-Wüste. Wir haben gerade etwa vor einer Viertelstunde einen Steinleinkühler bekommen und sind jetzt an der Kühlerflüssigkeit verloren. Und der Röben gibt Gas, wie verrückt, damit wir es noch auf der Lama arbeiten bis zur Garage, wo uns das hoffentlich flicken kann. Immer positiv decken.